Heute in Diamond 2 gestartet, sind jetzt erst Mystisch 2, müssen legendär durch und müssen Master kommen, damit ich Back-to-Back-Master bin. Das ist sehr, sehr wichtig. Das wird hart. Alle haben gesagt, wir schaffen es heute nicht. Problem ist, wir spielen gegen die besten Spieler auf dem gesamten Server, weil wir zwei Duo-Masters haben. Wenn wir gewinnen, kriege ich 400 plus, aber der Sieg ist halt verdammt schwer. Hallo? Hallo, hörst du mich? Ja, was geht? Hey, was geht? Ich habe jetzt einen E-Spauler reingeholt. Wir müssen hier nur einen Call holen, der macht jetzt die ganzen Drafts. Geil. Mithu, du machst die ganzen Drafts, ja, Picks, Buns, und dann ballern wir alles hier durch. Wir gehen rein. Es ist ein weiter Weg, ne? Wir sind Anfang Mystisch 2 und müssen noch Master kommen. Aber wir können es schaffen. Lass sie einfach mal richtig wegbesiegen. Ihr müsst mir auch sagen, wo meine Ult so ein bisschen hin muss, ne? Ja, machen wir. Du bleibst schön links. Linke Lane. Ja, okay, schönes Gebüsch rein und kämpft hier richtig ab. Ja, ja. Stark! Double Kill. Stark, ja. Oh. Was soll ich machen? Was? Ich kann nichts ganz. Müssen kurz warten. Ist gestunt gewesen? Erst die Hunde, die Tür. Torf noch. Pass. Ich habe einen Kill. Ja, Torf. Nice! Wie gut! Sauber! Ich mache Hyper-Shirt-Ulti in die Mitte vielleicht. Für Kontrolle. Ja, auf die Gegner am besten. Ja. Harte Ult kassiert. Ich habe sie doch gestunt. Ich passe, das muss man. Nice haben. Wieso habe ich sie kassiert? Oh, geil! Nochmal. Oh, das sind zwei Doppel-Master, ne? Ja, das geht gut los. Schöpfe dich. Oh nein, sie ist so low. Fast Double wieder. Double Kill wieder in der ersten Runde. Das war wirklich gut. Kompliziert. Mach rein, Max. Nice. Nice! Old Waste aber trotzdem. Ja, ja. Das ist ein Ding. Pass auf Mautis, kommt wieder. Nice, Ragi. So oft, die geht durch. Ich habe ein Stun. Nice. Wir haben Zeit. Ja, beide Halbatschleisch, das ist gut. Ich habe keinen Stun mehr. Nee, was? Du bist jetzt wieder Full Life. Ja. Ich spiele den Ball rüber. Ich habe Halbatschleisch, aber ich will erst Ult haben. Boah, das ist Ult. Richtig. So. Wo schon? Mit dem Ball pass? Schießen. Nice. Geil. Das war eine geile Runde. Das war eine geile Runde. Was? Ja, Tag aus der Pick. 10,3 plus 1. Ich habe es euch gesagt. 18,3. Nice. 10,3 Starspieler. 400. 392. Oh, lecker. Lecker. Oh, das ist ja ein Traum. Boah, also Mautis ist ja auch gegen mich einfach nur ekelhaft, oder? WTF! Über die ganze Map. Nice. Nein. Ekel, kommst du vielleicht? Wir machen Double Kill. Der hat noch meinen Kopf getötet. Der hat mich und meine Ult getötet. Komm, da gibt was rein. Ult ist ready. Hab ihr Mann, hab ihr Mann. Geil. Jetzt einfach Kontrolle spielen. Oh, der hat meine Ult reingesprungen. Ja, du darfst nicht sterben. Okay. Das ist ein Anti-Stunmodus. Das ist deswegen... Warum habe ich so viele Kills? Wir haben gewonnen. Oh mein Gott. Ich habe mein Gadget angebracht, dass ich keinen Schaden kassier. Das ist smart, actually. Ich habe es gar nicht realisiert, dass das Anti-Stunmodus ist. Ach, der hat mich so genommen. Boom. Ich mag, wenn der Mord zu Twitter kommt, darf ich mich rein. Gut. Oh, was ist mir tot? Ich brauche jetzt Hilfe. Oh, das war schon. Vielleicht habe ich Charlie. Oh. Wo hat man einfach nach rechts gebraucht? Vielleicht treffe ich ihn noch. Nice. Richtig. Okay, wie viel? Wir haben einfach voll alles in der Mitte, Max. Dass die nicht reinkommen. Einfach die Mitte voll. Rechts voll sparen. Mach einfach schon. Schau. Und hol. Einfach schon. Ich hab schon. Okay. Fuck. Hab ihn? Let's go. Stark, ich bin schon. Alter. Oh mein Gott. Richtig. Boah, was war das für eine Runde? Ich wurde einfach gekillt. Entschuldigung. Ey, Tick ist super. Ich hab's euch gesagt. Voll gegen Doppel-Master-Spiel. Die ärgert sich doch tot, dass ich bei den 70.000 Damage reindrück, oder? Ja, die haben richtig reingekracht. Also, die standen beide 1, 6. Bei denen reingekracht. Alter, nice. Legendär 1. Okay, das ist geil. Plus 340. Legendärer Star-Drop. Star-Power-Make. Ist gut, ist gut. So, wir haben jetzt zwei Optionen. Meine Pizza ist hier. Esse ich die? Oder nicht? Nein, nein, doch. Du gehst hier jetzt. Wir machen kurz viel, viel noch eine Pause. Ich mach mit deinem kurzen Kaffee, oder so. Ess den Runden. Digga, ist das krank. Du musst Peppern pushen, oder? Geht kein Ult, nix. Na, ich warte noch kurz, was ich im Ult. Wo hast du deine Ult? Komm, Max. Geht mir so ein bisschen näher. Sag Bescheid. Jetzt. Nice. Hab einen. Dead. Warte. Oh, was? Wie krass ist er? Der kommt einfach zurück. Wir haben den. Müssen erst rein. Kannst du zünden? Keine Chance. Du bist tot. Zünde, zünde. Ich hab... Nein. Es wird ein... Oh mein Gott. Ey, was ist das für ein Niveau, ne? Ist das verrückt. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Hier hinten. Ich geh vielleicht oben, nix. Das ist gewünscht. Ich hab Ult. Da ist die Piper drin. Was muss das Ult? Ja, ist das Ult jetzt? Warte, warte, warte. War das schon? Ich hab fast mein Ult. Und? Ich hab mein Ult jetzt. Okay, go. Auf Cleo. Der kommt. Der wie ich kassiert habe, hat kassiert. Okay, go. Ja. Oh, geil. Der wird auch machen safe. Geht mich zurück. Ich hab den 30. Ich wollte den. Aber geht's dann. Ich hab wohl. Ich hab wohl. Ich hab mich tankt. Okay. Ich muss jetzt schon so zu das. Ja, das ist gut. Ich hab das schon. Ja, ich hab das schon. Ich hab das schon. Ich hab das schon. Man kann es nicht dodgen. Nein, ich schießt um Ecken. Ich hab getroffen. Nein. Hilfe, 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 Hilfe. Sauber. Wo wird's fast gemacht? Wahnsinn. Geht zurück. Achso, okay. Ja, ich bin tot. Nur Mütter darf nicht sterben. Okay, lass uns einfach hier warten. Wollen wir lieben's rauspushen? Ich hab gleich meine Ult und dann hat man unterhalb. Ich kann nichts machen. Du musst mal zurück, musst du? Mütter ist. Warte. Ich bin Ult. Komm hinter mir, kommt hinter mir, kommt hinter mir. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich hab's geblieben. Denka, ist das Sweaty, Mann. Echt. Also, ich weiß nicht. Ich glaub, Tick wär besser gewesen, oder? Vielleicht. Das wär mir viel zu anstrengend. Krass, das magst du überhaupt mithalten. Ja, das ist so krass, ne? 0,6. Aber 300 plus. Ich bin komplett defensiv, ne? Weil die halt Booster haben. Was heißt das? Äh, wir müssen, wir müssen ein bisschen aggressiver pushen. Also, du am besten auch mit Tick aggressive Bomben reinschmeißen. Oh, schon. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, wo bin ich? Zu meinem TP. Ich halte dich, ich halte dich. Und jetzt wieder defensiv spielt. Schön verstecken hinter Kakos. Ja, ja, ja. Ja, ich getroffen. Wirf im Kopf haben es. Hab ich, hab ich ihn nicht bekommen? Was? Ist der entkommen? Ich hab ihn. Oh, wie geil von dir. Wichtig, wichtig. Die Runde. Nice, 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 nice. Ich bin nochmal gestorben, fast. Geil. Alter, sind die verswrettet. Okay, das sind zwei Doppelmaße, glaube ich. Das gibt einen Plus gleichwertig. Pass auf, geh zurück. Du Gadget. Der wird hier die Wand aufmachen. Ich halte dich, Max. Hab dich. Nice, danke. Hab ihn. Paprikow, ein Hit. Zack. Oh, schön. Ich hab ihn, hab ihn. Bitte, bitte, bitte. Ja. Hab dich, hab dich. Boah, du hast mich so gerettet. Ist das krass. Gegen Doppelmaster. Nice. Nice. 4,1. 35.000 Damage, super. 35.000 Damage. Alter, Mewtwo heftig. Ist okay, wenn ich kurz für zwei Minuten einen Kaffee mache. Um die Uhrzeit. Das kannst du nicht machen. Kann ich nicht machen, ne? Das kannst du nicht machen. Das ist so ungesund. Du kannst erst acht Stunden nach dem Kaffee in die Tiefschlafphase gelangen. Du trinkst ihn jetzt, gehst in drei Stunden pennen. Dann schläfst du zwar die ganze Zeit, aber du erholst dich nicht. Und dann bist du am nächsten Tag drei Jahre älter. Dann trink ich das doch nicht. Ja, sehr gut. Du bist auf Legend 3 gerade gekommen, ne? Ja, ja. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Wie auf Mortis? Auf Mortis? Habt ihr getappt? Ich halte dich. Nice. Ey, ihr seid wirklich super. Das ist ja ein Traum. Was ist das für eine Kombo? Ja, ist ein bisschen eklig, aber ist gut auf der Map. Klicke Taktik, ist mir scheißegal. Ja, ich will einfach nur gewinnen. Das ist so krass. Oh, ein Game noch, komm, zu müssen. Sicher? Ja, wir haben noch ein Game noch für dich. Die Boston-060. Geil. Komm schon, last Game Chat. Ich nehm Nani, ne? Ja. Sehr gut. Aber das mit dem Nani gadget kannst du, oder? Also wenn die Peppa dich gadgetet hat, dass du dann gadgetet zurückst. Äh, ja, ja. Ich mach dann immer einmal Damage blockieren und zurückschicken. Und dann noch währenddessen einen Long-Range-Auto-Attack. Und hab ich meistens sie getötet. Das ist gut. Oh, die timet das. Okay. Okay. Nice. Den Bob. Scheiße, hätte ich früher den Scheiß angreifen können. Volltreffer auf Piper. Piper getötet. Ja. Zweimal schon. Ja. Hä? Hä? Wie spät das Gift mich tötete? Ich hasse ihn zu spüren. Sag mal. Ist okay. Ist okay. Wir gewinnen. Wenn wir gewinnen, spüle ich auch Sachen, die ich nicht mach. Ja, schon. Dann ist fertig. Ich schicke immer wieder die Nächste auf die Lane. Egal, wenn sie auf die Lane schicken, die verlieren. Nice. Sehr gut. Nice. Das könnte die letzte Runde sein, Max. Digger, Narni wurde einfach genervt und ich gewinne hier gegen irgendwelche Double Masters die Lane. Das ist geil, das ist geil. Träft ihr ein bisschen auf Lane, Max? Mhm. Das ist one hit. Muss sie nur kitzeln, stark. Hab sie. Äh, gehe rechts muss er. Also auf die Piper. Wir machen irgendwie kein Damage gerade. Das Gefühl. Geh einfach durch, Charmage. Einfach durch, okay. Ich schmeiß mal Ult rein. Fuck, bin tot. Das war so, so, so schlecht. So schlecht. Scheiße. Kein Stress, kein Stress, kein Stress, kein Stress. Volltreffer auf Byron, also völlig weg ist der. Ich hab so viel Schaden gemacht. Der nervt so. Ich kann halt nicht richtig machen. Geh durch, geh durch, geh durch. Geh durch. Ja. Nice. Das ist es. Ist es das? Ich weiß nicht. Bin mir nicht sicher. 100%. Bitte. 6, 4, super. 38.000 Damage. Oh mein Gott, das ist es. Hast du es? Geil, ey, ja. Oh, ist das krass. Ich hab sie gesagt, ich muss noch mal machen werden. Ey, Leute, das war heftig. Ihr habt krass gespielt. Ihr habt krass gespielt. War besser als letzte Season. Das hat schon was gebracht, wie viele Ranks wir gezockt haben. Ey, krass. Leute, es ist gestern aufgefallen. Ich war Diamond 2. Und dann haben wir es einfach hinbekommen in einem Zug. Heftig. Gerne. Heftig, heftig, heftig. Ey, viel, 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 viel Dank. Okay, das ist richtig krass. Jetzt bin ich dann Double Master nächstes Season, ne? Du bist jetzt schon Double Master. Du kannst ja immer auf dein Profil gucken. Ah, da ist es. Da ist links so ein zusätzlicher Stern, ne? Ja, genau. Das ist das. Jetzt ausrüsten. Das sehen jetzt alle in der Lobby. Geil. Alle in der Lobby und die wissen, dass du Double Master bist. Und nächstes Season bin ich dann Triple Master. Nächstes Season können wir nicht Triple Master machen, ja. Oh, was habe ich hier? Du ziehst noch ein Skins. Mond, die ist ein Squeak. Das ist gut. Das ist gut, ja. Nice. Die Brawler, die du kannst, hast du echt gut gespielt. Ja, stimmt, aber die, die ich nicht kann, sind voll Arsch gewesen. Die Rico erste Runde, die war krass. Okay. Ey, dann euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß, ja? Danke dir auch. Viel Spaß, Mann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.